Ja, ihr werdet denken, jetzt ist er völlig verrückt geworden. Ich habe es gemacht. Also ihr habt ja vielleicht mitgekriegt über die anderen Videos. Ich habe jetzt die ganze Zeit noch nach dem Auto gesucht, mit dem ich so ein bisschen durch die Gegend fahren kann. Was ich so im Darmstädter Stadtgebiet verwende, also ich fahre ja oft hier in die Halle. Dann fahre ich in diesen Makerspace, wo ich dann Holzsachen mache oder Sachen für meine Autos. Unser Auto zu Hause wird halt sehr oft gebraucht. Und dadurch wird es natürlich nicht einfacher, immer ein Auto zur Verfügung zu haben. Und dann habe ich nach einer VW-Bus Doka, habe ich mir angeschaut, irgendwie einen JX-Motor. Das waren halt alles Autos, die leider nicht in dem Zustand waren, wie ich mir das erwünscht habe. Ja, jedenfalls hatte meine Nichte, die hat dann irgendwie, die ist auf einem Bauernhof, auf einem Öko-Bauernhof, Schulbauernhof, da oben in der Nähe von Kassel. Und die haben dieses Auto schon lange auf dem Hof. Der wurde, sage und schreibe, drei Monate, nachdem die Poste hinzugelassen hatte, neu, wurde der verkauft. Der hat neu 41.000 Euro gekostet und hat jetzt natürlich, ist jetzt acht Jahre alt und hat 34.000 Kilometer drauf. Also keine große Leistung. Bei der Reichweite ist es natürlich auch kein Wunder. 70 Kilometer Reichweite im Maximum, 80 km Höchstgeschwindigkeit. Da kommen nicht so richtig viele Kilometer zusammen. Ich habe dann auch gefragt, warum die Post die Dinger so früh verkauft hat. Das lag einfach daran, die haben die Dinger bestellt und dann haben sie gemerkt, dass sie zu klein sind, der Kofferaufbau hinten. Und haben dann neue machen lassen mit größeren Kofferaufbauten. So kann es gehen beim öffentlichen Dienst oder es ist ja nicht mehr ganz öffentlicher Dienst. Ja, jedenfalls, ich habe mich jetzt entschlossen, das Ding zu kaufen, um erstens mal elektrisch zu fahren. Also ich bin natürlich schon mit Elektroautos gefahren, Teslas und sowas. Aber ich wollte, habe jetzt gedacht, okay, den kann man in der normalen Steckdose laden. Der hat 20 Kilowattstunden Akku drin. Dann hat er einen 20 PS Motor drin, 15 kW. Trotzdem fährt er 80 kmh. Wenn ich auf Turbo gehe oder auf Boost schalte, hat er auch einigermaßen Beschleunigung. Also er kommt so, sagen wir mal, mit dem 50 PS Bus ungefähr gleich. Jetzt war natürlich das Ding, ich bin da blauäugig dran, weil ich wollte auch wissen, wie funktioniert so ein Auto. Der Hauptgrund auch, ich bin ja jemand, der vielleicht von sich sagen kann, dass er gerne so innovative Techniken mag. Und ich verschließe mich dem Thema nicht ganz und dachte, jetzt kann ich mit dem Auto einfach mal schauen, wie so ein Elektroauto funktioniert. Was hat man da für Herausforderungen bei der Reparatur, was ist da anders, wie muss man sich im täglichen Leben anders verhalten und so. Und dazu ist das ein gutes Beispiel. Und ich kann euch sagen, ich habe dafür, dass ich Erfahrung sammeln wollte, gleich richtig, richtig auf die Ohren gekriegt. Richtig. Ja, wir haben den da in der Nähe von Kassel abgeholt. Naja, von Kassel hierher zu fahren mit dem Auto bei einer Reichweite von 70 Kilometern Maximum in der winterlichen Zeit, obwohl es jetzt schon wieder 15 Grad draußen sind, hätte ich aber bei 250 Kilometern locker vier Tage gebraucht. Ja, acht Stunden lädt das Auto oder sieben Stunden und schnell laden geht nicht. Es geht immer nur über eine Phase bei dem Auto. Also sehr, sehr einfache Bedingungen. Ja, da hat mir der liebe Burkhard angeboten, dass wir seinen Volvo nehmen können. Der kann 2250 Kilo ziehen. Das Auto hat knapp 1500 Kilo Leergewicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, können wir machen. Habe mir so einen Anhänger mit so Zwillingsrädern irgendwie schon mal reserviert. Habe aber dann gesehen, dass der Anhänger irgendwie 900 Kilo wiegt. Und wir dann schon alleine durch das Gesamtgewicht irgendwie, naja, schon ein bisschen drüber kommen. Das Problem ist, so viele, richtig viele Erfahrungen mit Anhängern, mit Autos und mit überladenen Anhängern habe ich auch nicht. Und das war mir ein bisschen zu Joka. Und dann habe ich eine gute Freundin hier aus Darmstadt von der Autovermietung Seger. Die haben hier netterweise ihren, den haben sie intern, einen VW-Bus-Transporter mit einem Auflieger hinten drauf, wo man richtig schön drauf fahren kann, das Auto auch hochziehen könnte und sowas. Damit habe ich das Auto geholt mit meinem Sohn Lorenz zusammen und wir haben den da schön aufgeladen. Der sah zwar übel aus innen drin. Der ist natürlich immer auf diesem Bauernhof gefahren und da ist es nicht so, dass da den ganzen Tag mit dem Staubsauger durchs Auto gegangen wird. Ganz im Gegenteil. Ja, und dann haben wir das Auto aufgeladen und sind dann nach Darmstadt gefahren. Das ging wunderbar, war klasse. Wir sind da mal ein paar Runden gefahren. Dazu muss ich dann auch gleich sagen, das Auto hat zwei Jahre TÜV. TÜV, aber scheinbar sind alle TÜV-Prüfer, die irgendwie Autos für Agrarunternehmen irgendwie abnehmen, auf beiden Augen blind und taub und alles drum und dran. Wer diesem Auto TÜV gegeben hat, und meine Nichte ist niemand, die da irgendwie in der Beziehung Beziehungen hat oder irgendwas macht. Es muss dann die Werkstatt gewesen sein. Aber wer diesem Auto TÜV gegeben hat, der gehört fast ins Gefängnis. Diese Bremsen sind derartig kaputt, verrostet runtergefahren. Das ist unfassbar. Abgesehen davon, wenn ich hier in Darmstadt zum TÜV fahre, geht sofort, wird erstmal die Scheibenspritzanlage probiert. Die war hier vom Marder durchfressen. Die ging schon seit Jahren nicht mehr. Die Pumpe ist total fest und sowas. Es sind viele Dinge, dann wird innen drin ABS angezeigt, dass die Handbremse nicht gelöst ist, wird angezeigt. Also lauter Dinge, die eigentlich ein TÜV-Prüfer bemängeln müsste. In dem TÜV-Bericht stand dann Mängel, irgendwie leicht angerostete Rahmen unten und leicht angerostete Bremsleitungen. Gut, da muss man halt mal sehen. Aber das sind natürlich Dinge, die sind alle nicht so problematisch bei diesem Auto. Der hat, glaube ich, eine Vorderachse vom Polo oder vom Golf und eine Hinterachse oder umgedreht. Jeweils sind von Autos, die es aber auch im normalen Bestand gibt. Aber so weit, so gut. Das sind ja Dinge, mit denen kann man ganz gut umgehen. Und ich habe dann vorher mich schon mal im Netz irgendwie umgeschaut. Was gibt es an Ersatzteilen? Das war sehr überschaubar. Aber ich dachte mir halt, okay, von VW, die Achsen und verschiedene andere Sachen von anderen Dingen aus dem VW-Konzern, dann wird es ja nicht so problematisch sein. Naja, wir haben das Auto hier abgeladen in Darmstadt, sind dann schon durch die Stadt gefahren und rumgedüst. Das hat Spaß gemacht, war ein bisschen laut, muss ich sagen. Alles sehr dreckig. Und es hat alles gerauscht von den Bremsen, die Bremspedale pulsiert wie verrückt. Klar, wenn das alles verrostet ist da unten, dann funktioniert das nicht so richtig gut. Deswegen nochmal, wo hat der die Bremsen gemessen beim TÜV? Aber egal, Schwamm drüber. Das Ding kam dann erst. Ich habe dann gedacht, lasse ich das Auto mal zu. Dann bin ich auf die Zulassungsstelle gefahren, habe das Auto zugelassen. Alles wunderbar funktioniert. Und dann ist neben so eine Waschstraße, wo man so mit einer Sprühpistole das Auto sauber machen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Habe aber auch extra unten nicht beim Akku so richtig reingehalten, sondern einfach hauptsächlich von oben mal den groben Dreck runter. Der ist seit acht Jahren nicht mehr gewaschen worden wahrscheinlich. Und habe dann das irgendwie sauber gemacht. Dann bin ich eingestiegen und bin losgefahren. Und bin nach Hause gefahren, so etwa vier Kilometer. Habe das Auto vor der Garage abgestellt. Habe den Ladestecker reingesteckt. Und wollte nachmittags wieder losfahren. In dem Moment Zündschlüssel rumgedreht. Die Fahrstufe steht auf null. Dann dreht man den Zündschlüssel rum und macht wie ein Anlasser nochmal mit Druck hinterher. Und wenn man den mit Druck hält und die Bremse tritt, macht das ganz, macht das kurz biep biep. Und dann läuft das Ding. Dann kann ich die Fahrstufe auswählen. Die ist dann beleuchtet und kann losfahren. Was ist nicht passiert? Dieses biep biep. Der hat mir gezeigt, 80 Prozent geladen. Alle Systeme in Ordnung, keine Fehlermeldung. Aber es kam dieser Piepton nicht und ich konnte keine Fahrstufe auswählen. Da fing das Problem an. Dann dachte ich, ach, gehst du mal zum Motor Talk. Guckst du mal. Ja, dann sehe ich, dass Street Scooter überhaupt nicht als Marke dort vorhanden ist. Dann habe ich trotzdem reingeschrieben, wer kennt sich mit Street Scooter aus. Das Ding springt nicht mehr an. Ich habe das beschrieben. Und dann kriege ich von einem Moderator dort die Nachricht, ja, wir haben sie zu Tretrollern und E-Bikes geschoben, weil sie sind da im falschen Bereich. Und dann habe ich denen erklärt, dass das kein Tretroller ist und dass es auch kein E-Bike ist, sondern das ist ein Auto und nicht mal ein Auto, sondern sogar ein LKW. Und dann haben sie es zurückgeschoben. Der Nächste hat es dann wieder zu E-Bikes geschoben und so. Jedenfalls kam da erst mal nichts. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal nach Werkstätten hier in der Gegend. Ja, keine Werkstatt, nirgendwo. Ich habe dann geguckt, gibt es die Firma Street Scooter noch? Die ist ja aufgekauft worden, pleite. Oder die Post hat es ja in Grund und Boden gewirtschaftet. Und dann hat aber jetzt einer der Gründer das Ding zurückgekauft, aber es sind immer noch alle Daten im Internet wie vor fünf Jahren. Als gäbe es die noch und als wären die noch bei DHL. Ich habe dann versucht, über LinkedIn, über Xing, irgendwelche Personen ausfindig zu machen, die mit diesem Unternehmen zu tun haben, damit mir irgendeiner einen Tipp gibt. Weil zwischenzeitlich habe ich das hier komplett zerlegt, habe hier alles aufgemacht, habe überall die Kabel nachgeguckt, habe sämtliche Sicherungen nachgemessen. Dann hat mir irgendwann einer, habe ich eine Werkstatt erreicht, die auch so Scooter reparieren in Darmstadt. Und dann habe ich die angerufen. Dann sagt die, oh, das machen wir nicht. Das, so Autos, machen wir nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, aber ich bin auf, haben Sie vielleicht irgendeinen, der mir einen Tipp geben kann? Sagt, ah, das ist schwierig. Aber ich kann Ihnen sagen, also ich will Sie hier nicht sehen und wenn Sie herkommen, dauert es zehn Wochen, bis das fertig ist und es wird nicht billig. Dann habe ich gesagt, Mann, Mann, mir, was habe ich da für ein Auto gekauft? Und ich gebe ja da nicht so schnell auf und dann habe ich weiter das Internet durchforstet nach Fehlern und es gibt von diesem Auto nichts. Das scheint ein sehr, sehr seltenes Auto zu sein. Ich habe dann andere Werkstätten. Es gibt einen Bosch-Dienst extra für E-Autos in Funkstadt. Den habe ich angerufen, habe gesagt, machen Sie sowas. Sagt er, ah, wir haben momentan gar keinen ausgebildeten Hochvolt-Techniker im Haus. Also können Sie es nicht machen. Aber rufen Sie mal in Groß-Gerau an. Dann habe ich einen Groß-Gerau angerufen, der war sehr nett. Aber der hat gesagt, nee, nee, wir können das auch nicht. Oh, das Auto hatten wir noch nie und da müssen Sie irgendwo anders hingehen. Dann habe ich wirklich überall, die haben mich behandelt, als hätte ich ein russisches Atom-U-Boot, ein gebrauchtes, wofür ich jetzt eine Reparaturanleitung will oder Hilfe haben will. Also es war völlig illusorisch. Es hat mich so ein bisschen erinnert, wie ich als 20-Jähriger einen dazu, einen Laurel gekauft habe. Das war ein super Auto, war nicht so teuer, ein Sechszylinder, nee, ein Zwo-Liter war das genau, war ein super Auto. Aber ich konnte nicht einfach zu einem Ersatzteilladen gehen und sagen, ich brauche mal ein paar Bremsen, ich brauche mal eine Kupplung oder irgendwas. Nee, ich musste dann überall hin. Die haben alle zu mir gesagt, gehst du am besten nach Tokio auf den Schrottplatz und holst dir da irgendwie die Teile. Und dann habe ich gesehen, dass ich für die Teile das Zehnfache bezahlt habe, wie für einen VW Käfer oder für irgendwas. Und so fühle ich mich jetzt genauso. Und ich stand da wirklich, ich habe dann das ganze Auto zerlegt und habe überall geguckt und habe dann diesen Marderbiss an dem Schlauch gesehen, habe überall gesehen, ob da vielleicht was in den Akku gelaufen wäre und so. Also ich war völlig überfordert. Die Frau sagte mir aber bei der Firma Emo, vielen Dank nochmal, ich soll doch einfach die Hauptbatterie, die 12 Volt abklemmen, aber das muss mindestens eine Stunde abgeklemmt sein und dann würde sich das Ding resetten und dann wäre meistens der Fehler weg oder solche Fehler. Das habe ich dann gemacht, hat nicht funktioniert. Dann habe ich mal über Nacht die Batterie abgemacht, hat auch nicht funktioniert. Und ich habe schon überlegt, wie kann ich das Auto abschleppen lassen, weil so hinten dran ziehen ist auch nicht mit den Elektroautos so richtig einfach. Und ich habe mir echt einen Kopf gemacht, an was das liegen kann. Dann kam mir nachts die Idee, es könnte ja hier dieses Teil sein, dass ich, ich habe ja geladen und ich dachte, hier ist vielleicht irgendwo so ein kleiner Schalter mit drin, der das Auto lahmlegt, solange es lädt, damit keiner mit dem Ladekabel im Auto losfährt. Aber ich habe dann hier alles durchgelesen von Mannekes, das ist eine der meistverwendeten Ladebuchsen. Da ist aber nichts mit Autounterbrechung. Also Pustekuchen. Ja, und dann habe ich echt überlegt, was kann das sein und habe auch, da gab es eine Werkstatt in Hambach, die haben die meisten Autos von Street Scooter repariert. Da habe ich dort angerufen und dann war eine sehr, sehr schlecht gelaunte Sekretärin da am Telefon. Nee, nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Und da habe ich gesagt, Sie müssen doch irgendeinen Techniker haben, der mit den Autos mal gearbeitet hat. Den will ich einfach nur was fragen. Und dann hat sie mir jemanden gegeben und dann war der auch, ja, Sie müssen Starthilfe machen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine ganz neue Batterie drin, 12 Volt, da brauche ich keine Starthilfe. Außerdem habe ich es probiert. Ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Wir machen das nicht mehr. Danke, tschüss, buff, aufgelegt. Da stand ich echt da und habe gesagt, kann ich jetzt den Akku hier ausbauen und vielleicht fürs Haus als Stromspeicher nehmen oder sowas. Ist so schnell die Geschichte vorbei mit E-Scooter-Auto oder mit E-Auto-Fahren. Also ich bin dann sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Es gibt kaum Videos bei YouTube über dieses Auto, außer jetzt von einem, der das Ding gekauft hat und zeigt, wie man damit fahren kann. Aber technisch ist da nichts erklärt. Es gibt nichts. Es gibt nichts über dieses Auto. Und da war ich schon relativ verzweifelt. Und dann habe ich das gute alte Facebook, wo so alte Leute wie ich es sind, sich rumtreiben. Aber ich bin da sehr, sehr selten. Und dann dachte ich, gibst du einfach mal einen Facebook-Street-Scooter ein. Und was finde ich? Ich finde eine Gruppe Street-Scooter. Ja, da bin ich da rein, habe mein Problem erklärt und so und habe dann einfach mal angefangen, durchzuscrollen. Das war auch überschaubar, was da insgesamt drin stand. Aber da stand was drin von einem Affengriff. Und der Affengriff setzt das Hauptsteuergerät, resettet das Hauptsteuergerät. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe mir das ausgedruckt, bin raus. Das heißt, du steigst in das Auto ein, du trittst die Bremse durch, du trittst das Gaspedal durch. Dann machst du die, du musst die Fahrertür offen lassen, das ist wichtig. Dann drehst du den Zündschlüssel auf Anschlag und mit der anderen Hand oder andersrum drückst du die Fahrstufe auf D. Das hältst du einen Moment, dann machst du die Zündung aus, während du mit den Füßen weiter auf den Pedalen bleibst und den Hebel gedrückt hältst. Machst die Zündung aus, hältst den Hebel für etwa 5 Sekunden und dann hörst du ein lautes Klacken unter dem Fahrersitz. Und dann ist das Steuergerät resettet. Das habe ich gemacht und danach ist das Auto wieder gelaufen. Wahnsinn. Das ist echt so ein Ding. Ich habe mir das sofort ausgedruckt und gleich in die Papiere reingelegt, weil in der Bedienungsanleitung von dem Auto steht fast unter jedem Punkt drin, außer beim Scheibenwischwasser wechseln, dass man in die Fachwerkstatt soll und soll dort nachfragen oder sich das machen lassen. Ja, jetzt kennt ihr die Randbedingungen von dem Auto. Was ich super finde, dieses Auto sieht eigentlich, obwohl es misshandelt wurde die ganze Zeit, was heißt misshandelt, aber halt nicht gepflegt wurde und auf dem Bauernhof war und bestimmt viele Sachen abgekriegt hat, sieht es noch relativ gut aus. Das liegt aber daran, das hier ist Kunststoff, das ist Kunststoff, 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 Kunststoff und das ist durchgefärbter Kunststoff. Das heißt, wenn hier ein Kratzer drin ist, dann wird das nicht weiß oder irgendwie die Farbe geht ab, sondern einfach, dann ist halt ein Kratzer im Kunststoff, der nicht zu sehen ist. Und das ist eine richtig, richtig gute Entwicklung von diesem Auto. Jetzt schauen wir vielleicht nochmal insgesamt. Ich hole nochmal die andere Kamera raus. Gucken wir uns das hier an. Das ist die Haube. Die Haube ist festgeschraubt. Die ist hier mit zwei Schrauben fest. Das hatte ich auch schon ab. Der Grutflügel ist hier oben einfach mit ein paar Schräubchen fest und geht zur Seite ab. Ist alles auf einem Metallgestell unten drunter aufgebaut. Ja. Wir sehen hier im Auto drinne. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Wir sehen jetzt hier im Auto drinne, die Sitze sind natürlich sehr schmutzig. Hier haben wir unser Armaturenbrett. Ich habe es jetzt alles schon mal ein bisschen gereinigt. Das ist alles natürlich hier richtiger, richtiger Kunststoff. Und klappert natürlich ein bisschen. Da muss man ein bisschen nacharbeiten. Aber auf die Details gehe ich dann nochmal mit euch ein. Ja, hier so sieht er von der Seite aus. Hat dann noch die alte Post-Reklame drauf. Ohne hier oben stand über dem Go Green stand dann natürlich Deutsche Bundespost. Da habe ich überlegt, ob ich dann Deutscher Bundesrost draus mache oder sowas. Aber das hat noch Zeit. Erst mal muss das Auto irgendwie in die Reihe geschafft werden. Also man hat hier eine schöne, hat an jeder Seite einen Zugang. Hier kann man, das ist ein elektrisches Schloss zum Öffnen. Automatisches Licht, was da drin angeht. Und viel Ladefläche, zweimal 1,80 Meter glaube ich. Also das ist schon ganz anständig. Ja, hier hinten ist dann die Heckklappe. Aber bei der Heckklappe fehlt, das geht jetzt hier nicht ganz auf, bei der Heckklappe fehlt unten das Schloss. Und da habe ich auch nachgefragt, was das Schloss, dass ich das als Ersatzteil bestelle. Und dann habe ich gleich erfahren, so ein Schloss kostet 600 Euro ungefähr. Jetzt habe ich aber einen netten Anbieter aus Berlin gefunden, der mir das für 100 Euro verkauft, neu. Und dann habe ich da schon mal Glück gehabt. Ja, ich habe ein E-Kennzeichen machen lassen. Das war vorher nicht dran, damit man auch irgendwie die Vorteile des E-Autos genießen kann. Ja, hier sieht man so ein bisschen da unten. Da ist so ein bisschen eingeknickt, aber das wird nur die Halterung hier sein. Wir gucken uns das gleich von unten nochmal genauer an. Hier ist eine Kamera verbaut, die automatisch anspringt, wenn ich unter 30 kmh fahre, dann wird mir vorne im Auto angezeigt, wer neben mir fährt, damit es da nicht zu irgendwelchen Unfällen kommen kann. Aber hier ist noch ein bisschen Dreck auf der Wand. Da hinten seht ihr, wo das Schloss fehlt. Naja, kann man dann alles ein bisschen sauber machen. Und hier seht ihr das. Alles schönes Hartplastik. Ja, würde ich sagen, wir heben den Hobel mal an und dann gucken wir mal, wie es unten drunter aussieht. Da bin ich gespannt. Okay, hoch geht er schon mal. Dann schauen wir doch mal. Kein Öl. Kein Öl, das ist schon mal gut. So, da wurde eine neue Achsmanschette drauf gelötet. Okay, Bildsteinfahrwerk, sehr gut. Das sieht auch jetzt schon nicht mehr so alt und gebraucht aus. Da oben könnt ihr mal sehen. Da ist dann der Lüfter für den Spannungswandler. Ja. Ich hätte noch überlegt, ob hier die Dings irgendwas abgekriegt haben. Das sieht natürlich hier alles auch schwer. Rügelötet alles hier. Mama mia. Aber das ist der Motor auf der Halterung. Das ist der Motor. Seht ihr mal. Okay, dann ist hier der Akkupack sozusagen. Das sieht aber ganz ordentlich aus. Bisschen angerostet. Das heißt, der wird mal ein bisschen abgeschliffen und sauber gemacht. Hier haben wir jetzt, Moment, ich muss nochmal die Kamera, die Hinterachse ist. So ein bisschen hat hier natürlich Rost dran. Da oben am Rahmen ist Rost dran. Hier ist die neue Batterie. Da oben das Teil, das hier, das ist ein Notöffner. Wenn mal hier die Batterie aus ist, dass man oben die Schiebetüren aufkriegen kann. Was das ist, kann ich gar nicht sagen. Das wird wahrscheinlich zu irgendwas sein. Die Bremsleitungen hier, gucken wir doch mal da, wie die aussehen. Oha. Na gut, aber das sieht eher wie Dreck aus. Aber das, also der TÜV in Darmstadt hätte das nicht durchgehen lassen. Ja, ihr seht, das ist alles relativ einfach aufgebaut, wie ein LKW. Wenn ich Platz hätte, würde ich jetzt auch erstmal den Aufbau abmachen, runterheben und dann mal von oben den ganzen Kram hier in Ordnung bringen. Das hier ist alles relativ laut mit der Bremse. Ah, ich habe auch die Handbremse angezogen, ich Idiot. Okay, das war jetzt gar nicht so schlau. Aber ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt, aber es ist natürlich auch nicht viel dran, was kaputt gehen kann. Hier, da muss man den Stoßdämpfer mal austauschen. Hier die Gelenke mal reinigen. Die Bremstrommel, das sieht alles nicht gut aus. Aber wenn ihr meinen Bus kennt, dann wisst ihr, dass das alles Babykacke ist, was wir hier sehen. Um es mal mit den Worten des Philosophen zu sagen. Mein erstes Auto mit Bildsteinfahrwerk. Hier, die Lenkung, das sieht dicht aus. Also, das hätte ich mir jetzt wirklich heftiger vorgestellt. Hier, die Lenkköpfe, da unten den Querlenker. Das haben sie auch schön draufgezwirbelt hier, Mama Mia. Lassen wir ihn nochmal auf der Höhe, dann kann ich die Räder mal abnehmen. Der war schon länger nicht mehr unten. Naja, die Bremsscheibe ist soweit fertig. Also, eigentlich nicht, aber dadurch, dass sie so tief eingerostet ist und ich so tiefe Rillen habe, ist die nicht mehr zu verwenden. Alles andere sieht noch brauchbar aus. Das muss man halt mal die Innenverkleidung abmachen und dann à la Gerhard Holzknecht da nacharbeiten. Da würde ich dann neue Bremsscheiben reinmachen, neue Bremsbeläge draufmachen, obwohl die noch gut sind. Aber die sind ja wahrscheinlich genauso eingefressen wie der Rest von dem Ding. Dann machen wir mal das Rad auf der anderen Seite ab. Machen wir mal auf. Also, die Bremsen hinten sehen gut aus. Das ist schon ordentlich gemacht. Schon ordentlich gemacht, kann man nichts sagen. Da hat doch einer was gearbeitet. Guckt mal hier. Neue Radbremszylinder, neue Federn. Na, das sieht doch gut aus. Da hat sich doch einer Mühe gegeben. Ich gehe mal davon aus, dass die andere Seite auch so gemacht worden ist. Das ist sehr schön. Das Einzige, was für das Pulsieren des Bremspedals zuständig ist, sind wahrscheinlich die Bremsscheiben vorne. Jetzt mache ich das hier ein bisschen sauber. Und mache da ein bisschen Rost und wandle. Mal gucken, was ich da drauf mache. Sehr fein. Also erstmal mit der Drahtberstipp, die sie sauber machen. Aber das gefällt mir schon mal gut. Wir hören uns nochmal das andere Rad an. Ob das irgendwelche größeren Schleifgeräusche hat. Ne, das hört sich auch gut an. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Das muss ich anders machen. Das muss ich anders machen. Na, das sieht ja auch nicht sauber aus, darunter. Das sieht eigentlich alles ordentlich aus. Ich muss mir mal die Bremse ausblasen. Hier seht ihr, da hat jemand die Hebebühne hier angesetzt und hat hier die Bremsleitung abgequetscht. Das kann natürlich sein. Die muss auf jeden Fall getauscht werden. Ansonsten habe ich jetzt hier die Bremsleitung mal ein bisschen sauber gemacht. Und die sieht nicht verrostet aus. Also die ist wirklich in Ordnung. Das muss man halt mal sauber machen. Genauso wie hier unten den Dings vom vom Tank. Ach, vom Tank. Vom Akku. Das muss halt alles mal irgendwie eine Unterbodenreinigung gemacht werden. Aber die Leitung, die ist neu. Das muss ich mal ausmessen. Und dann machen wir die nahe. Zum Glück habe ich es halt der Tippgeber wie euch. Das letzte Mal habe ich das ja umständlich nachgemessen. Und da war es trotzdem noch nicht so richtig gestimmt bei dem Berlingo. Und dann hat mir einer gesagt, ich nehme doch einfach ein Seil. Mit dem gehst du lang und danach misst du das Seil. Deine Idee fand ich natürlich gar nicht mal so blöd. So. Eins. Zwar. Nein, du bist ganz schön blöd, Meck. Jetzt fängst du hier an und dann gehst du auf den Falschen weiter. Du Honky Tonk. Das ist echt eine coole Idee. Meter 80, merkt ihr euch. Dieser gesamte Vorderbau hier besteht aus so einem Hohlprofil-Sechskant-Gestell. Wenn man das abmacht, das ist auch schon ein bisschen angerostet. Das werde ich dann demnächst mal abmachen. Da hängen dann nur die Lampen dran und die Verkleidung. Und dann nehmen wir das mal ab und dann wird es komplett mal entrostet und dann stabilisiert. Aber so bin ich ja schon relativ happy. Nur hier mit dem. Ich denke, das gefällt mir nicht so. Da hat er bisschen gepusht, würde ich sagen. Da hat er bisschen scheiße gemacht. Insgesamt sieht es gut aus. Also insgesamt bin ich happy mit dem Auto. Sieht jetzt besser aus, als ich dachte. Da müssen wir mal irgendwann mal zwei Nachmittage Entrostung von unten machen und von dem K-Line-Roststopp noch was besorgen. Und dann sieht er wieder aus wie neu. Auch von unten. Und halt zwei neue Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne. Sehr schön. Cool. Dann können wir wieder... Nee, 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 nee. Es muss ja erst noch... Ähm... Mir müssen sie ja erst noch die Räder drauf machen, weil ohne Räder ist Scheiße. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar andere Autos angeguckt, die einen Oldtimer, die Elektromotoren drin haben. Keine Angst, der T2 wird noch mit seinem eigenen Motor fahren. Aber es kann natürlich sein bei der Gesetzgebung, dass halt irgendwann das ein sehr teurer Spaß wird oder es sehr, sehr reglementiert ist. Und deswegen kann man sich da ja auch mal schlau machen. Es gibt wirklich gute Videos mittlerweile zu dem Thema fertige Bausätze und sowas. Und da sind ein paar T3s sehr, sehr flott unterwegs, habe ich gesehen. Aber da kann ich ja mal im nächsten Projekt gucken. Jetzt haben wir erst mal das hier als Servicefahrzeug sozusagen für meinen Kanal, mit dem ich einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann, wie das Ganze so ist, wie sich das verhält und was so hinter diesem ganzen Ding steht. Weil ich war natürlich extrem erschrocken, wie wenig Werkstätten es gibt, die E-Autos reparieren können. Es ging nicht nur um den Street-Scooter, sondern ansonsten. Das ist wirklich im Rhein-Main-Gebiet zehn, ein Dutzend vielleicht, die das machen. Ansonsten sieht es wirklich sehr, sehr dürftig aus. Ich glaube, wenn ihr bei Tesla oder bei VW oder irgendwo ein Auto kauft, könnt ihr das dann direkt zu eurem Freundlichen bringen, was dann auch entsprechend kostet. Aber wenn du mal einen gebrauchten Wagen hast davon, dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann wird es ganz schwierig. Zumal die ja alle auch einen Hochvolt-Techniker brauchen. Und es ist keine Hochspannung. Das muss man dazu sagen. Da wird ein riesen Fackelzug draus gemacht. Ich will das nicht verharmlosen oder sowas, aber das sind 380 Volt. 380 Volt sind gefährlich. Das sollte man die Finger davon lassen, wenn man keine Ahnung hat. Aber ich habe dann Videos gesehen von so Kfz-Schulungen, Elektro. Da wird dann das Auto, wenn es in der Werkstatt, muss es ein Hütchen drauf haben, dass jeder sieht, oh, das ist elektrisch. Dann muss der Schlüssel versteckt werden, der Zündschlüssel. Dann muss ein Schild reingehängt werden mit einem roten Signal. Achtung, dieses Fahrzeug steht unter Spannung. Dann muss man irgendwie einen Schutzhelm und spezielle VDE-Handschuhe tragen. Das ist wie, als wenn man in einem Atomkraftwerk wahrscheinlich einen Brennstab tauschen muss. Ich und dann muss man noch eine Absperrung um das Auto rummachen in rot-weiß oder gelb-schwarz in einem bestimmten Abstand, damit ja keiner irgendwie was macht. Also für meinen Geschmack ist das sehr, sehr deutsch in dem Moment. Aber wenn es so sein muss, muss es so sein. Dann muss man das auch befolgen. Das haben mir dann bei meiner Fehlersuche manche geschrieben, du darfst da gar nichts dran machen, weil du hast den Schein nicht. Zum Ersten wissen sie nicht, ob ich den Schein habe. Und zum Anderen ist es so, ich bin jetzt ausgebildeter Elektriker, habe Elektrotechnik studiert ziemlich lange. Also ich weiß schon, was ich dort tue. Aber grundsätzlich ist es mein Auto und damit darf ich machen, was ich will, auch ohne diesen Elektroschein. Ich darf auch bei mir meine Panzersicherung mit einer Pinzette rausholen oder sowas, dass das sehr gefährlich ist und tödlich sein kann, ist natürlich klar. Aber es gibt niemanden, der mir das vorschreibt, ob ich das darf oder nicht. So sieht es meiner Meinung nach aus. Und deswegen soll aber keine Aufforderung für euch sein, jetzt da irgendwo in irgendwelchen Unterverteilungen rumzumachen. Ich weiß, was ich tue. Ich habe auch hier, bin ich vorsichtig, alle Orangenleitungen, die an dem Auto sind, sind Hochvoltleitungen. Aber auch dort ist es so, dass die unter bestimmten Umständen spannungsfrei sind. 400 Volt kann man auch mit einem Duspol noch sehr, sehr gut messen. Also das ist nicht so schlimm, wie man das irgendwie darstellt. Bei einem normalen Auto habe ich ja auch irgendwie 50.000 Volt auf der Zündung. Das muss man auch bedenken. Da fließt zwar kein Strom. Hier kann Strom fließen. Aber die Sachen sind natürlich hunderttausendfach abgesichert. Dieses Auto ist in Deutschland gebaut, ist vom TÜV abgenommen. Also da kann eigentlich sehr wenig passieren. Es haben dann auch welche gesagt, vielleicht ist ja Wasser in den Akkublock reingelaufen. In diesen Akkublock läuft kein Wasser rein. Das kann ich euch zusagen. Also hier, wie gesagt, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist auch so, dass zum Beispiel bei einem Unfall dann die Gefahr besteht, dass das Gehäuse unter Spannung steht. Das passiert vielleicht bei einem Formel-1-Wagen oder sowas. Aber bei so einem Auto passiert das nicht. Dann geht der Hauptschütz aus bei einem Aufschlag und dann ist dieses Ding komplett getrennt vom Auto. Also das muss man dann erst wieder herstellen. Und da sind überall die Geschichten, da geht nicht einfach mal ein Kabel ab und solche Sachen. Es gibt ja auch die Geschichte, ach fällt mir ein, da gibt es ja auch noch die Geschichte, dass die Dinger ja abgebrannt sind und es sind von 10.000 Stück vier Autos abgebrannt. Und diese vier Autos sind abgebrannt, weil ein Zulieferer, der den Akkublock zusammengebaut hat, der hat die Dinger falsch verschweißt und dann sind die, ein Akku geht beim Laden und Entladen, warm werden und kalt werden, auseinander und zusammen und durch diese mechanische Kraft, die dann auf diese Schweißstellen gewirkt hat, sind die Akkublöcke aufgerissen und dann haben die sich, haben die natürlich einen thermischen Kurzschluss gehabt und dann sind die Dinger hochgegangen und haben das Auto in Flammen aufgehen lassen. Die Wagen wurden ja alle aus dem Verkehr gezogen, wurde dann geguckt und es war wie gesagt bei einer Handvoll Autos, die von einem bestimmten Zulieferer waren. Also dieses große Ding da, brennen alle Elektroautos und es ist alles ganz schlimm und so. Deswegen fahre ich ja dieses Auto, damit ihr jetzt sehen könnt, was kommt so auf einen zu, wenn man einfach ein E-Auto fährt. Ich hoffe, ihr fand das Video interessant, auch wenn es ein E-Auto ist und bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt einfach mal unten rein, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze so seht mit der Elektroauto-Entwicklung vielleicht nicht zu negativ, sondern dass ihr einfach mal ein bisschen mal so sagt, was ihr da empfindet. Man muss jetzt nicht schimpfen auf alles. Ich bin immer für neue Dinge da. Finde es sehr schön, leise zu fahren, an den Tankstellen vorbeifahren zu können. Natürlich ohne Reichweite ist auch nicht so super, aber ich weiß, für was ich das Auto brauche und dazu ist es gut. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dann. Ciao.